Willkommen zu einem weiteren Disney-Hall. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Disney-Juni-Hall. Ja, das halbe Jahr ist eigentlich schon vorbei. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit hingeflogen ist, aber es ist tatsächlich schon das halbe Jahr vorbei. Es ist schon Juli und es ist mal wieder Zeit für ein Haul. Ich zeige euch, was ich alles im Juni gekauft habe von Disney. Und ich glaube, es ist heute eine Premiere. Ich habe mal durchgeschaut und ich habe nichts bei Shop Disney bestellt. Ich weiß nicht, ob das jemals in einem Haul schon mal vorgekommen ist, also in den monatlichen Hauls, jetzt nur Primark Haul oder so. Klar, da habe ich nichts bei Shop Disney, aber ich weiß nicht, wann oder ob es jemals der Fall war, dass ich nichts bei Shop Disney bestellt habe. Möchte ich jetzt mal kurz auf die Schulter klopfen. Es ist dennoch genug zusammengekommen für den Haul. Ja, Disney in Paris, das neue Merchandise, den 30. und die neuen Kollektionen machen mich leider arm. Ansonsten habe ich was bei, ich weiß nicht, ob es TQ, T-I-T-Q, keine Ahnung, ob es ausgesprochen wird, bestellt. Bei C&A habe ich was. Ich habe was bei Vinted gefunden. Und ich habe drei Handtaschen bei unterschiedlichen Shops in Anführungszeichen gekauft. Deswegen in Anführungszeichen, dazu kommen wir dann gleich. Ja, ich würde sagen, Disney in Paris machen wir zum Schluss. Wir starten erstmal mit den kleinen Sachen. Starten wir mit C&A. Das ist das Neueste, was ich mir tatsächlich bestellt habe. Und zwar gibt es jetzt da diese schöne Tunika-Kleid. Ich weiß nicht, wie man diesen Style nennt. Er sieht so aus. Und dieser Stoff kommt euch vielleicht bekannt vor. Denn letztes Jahr bei Primark gab es tatsächlich einen ähnlichen Stoff. Auch mit Kleidern, aber mit Spaghetti-Trägern. Die sind auch sehr luftig, aber fast ähnlich geschnitten. Also auch so sehr weit geschnitten. Und ja, jetzt hat C&A diese Kleider hier rausgebracht. Ich finde sie super. Man kann eine Leggings drunter ziehen, aber man kann sie auch so im Sommer anziehen, ohne eine Leggings und Strumpfhose. Kommt auf jeden Fall mit nach Orlando. Denn ich versuche tatsächlich, ich war draußen gerade laut, ich versuche tatsächlich für Orlando Kleider einzupacken. Oder so viele Kleider wie möglich, weil die natürlich am wenigsten Platz einnehmen. Und deswegen das einmal mit schwarzen Ohren. Ist man super gut angezogen. Ich weiß, hier ist der Preis nicht mehr dran. Ich muss mal gucken, was es gekostet hat. Es war aber gar nicht so teuer. Und ja, jetzt wird... Brina und Daniel werden mich wieder steinigen. Kann man das so sagen? Ich habe einen neuen Fischerhut. Ja, passend zum Kleid. Und der ist... Auch, den kann man sogar wenden. Ich habe zwar schon so einen ähnlichen, aber irgendwie fand ich den dann doch cool. So, so sieht das aus. Also, ich mag den. Ich finde den richtig cool. Und wie gesagt, man kann ihn wenden. Dann ist er komplett nur schwarz, dezent. Hat dann halt nur diese Miki an der Seite. Mit Zettel hinten drin. Ja. Also, ich mag ihn. Sie können mich gerne wieder steinigen. Sie haben ja schon ausgeredet, den Hut von der Euro-Disney-Kollektion zu kaufen. Den durfte ich mir nicht kaufen, sonst hätte Brina mir wahrscheinlich die Freundschaft gekündigt. Ne, Quatsch. Aber, ja, der Hut. Jetzt muss ich aber gucken, was die Sachen gekostet haben, weil C&A hat zwar Schilder dran, aber kein Preis mehr. Also, das Kleid war 30 Euro und der Hut war 13. C&A hat jetzt auch gerade viele Sachen im Sale. Unter anderem die Shorts, die ich euch mal gezeigt habe. Schaut da gerne bei C&A vorbei. Ich glaube, das wird auch irgendwann im Sale sein, aber ich wollte es dann jetzt schon haben. Ich bin halt... Bei manchen Sachen kann ich bis zum Sale warten, aber bei sowas irgendwie nicht. Ich packe euch natürlich auch alle Links unten in die Infobox zu den Sachen. Ja, das war C&A. Machen wir weiter. Und zwar bei Reserved habe ich ein T-Shirt bestellt. Und zwar hier dieses. Ich bin ja bei T-Shirts mittlerweile sehr zurückhaltend und sage mir, okay, du hast so viele T-Shirts. Obwohl bei diesem Haus sind auch wieder ein paar T-Shirts dabei. Aber das fand ich irgendwie cool. Dieses pinke, da kann man gut in den Rock stecken. Und dieser bunte Disney-Schriftzug. Und hier oben steht, you are never too old for Disney. Ja. Hat auch nur 13 Euro gekostet. Ich trage Größe... Also ich habe hier Größe S. Übrigens das Kleid von C&A ist Größe 40. Das interessiert euch ja auch immer, welche Größen ich so trage. Also das T-Shirt ist die Größe S. Es fällt relativ groß aus. Link auch unten in der Infobox, wenn es noch online ist. Und dann habe ich was gefunden bei Vinted. Ich schaue hin und wieder mal bei Vinted vorbei. Und die Eröffnung vom Avengers Campus steht ja kurz bevor. Und wir planen ja am 10. Juli da zu sein. Am 16. und 17. Juli für die Preview-Tage. Also nur am 16. Weil man kann ja nur einen Preview-Tag auswählen. Und wir wollen am 16. direkt hin für die Infinity-Jahreskartenhalter. Und am 20. zur richtigen Eröffnung planen wir auch nochmal hinzufahren. Deswegen brauche ich drei Marvel-Outfits. Und das erste habe ich bei Vinted gefunden. Und zwar für den 10. Juli. Und zwar dieses süße Groot-Kleid. Also ihr seht, Groot in verschiedenen Szenen, Positionen, was auch immer. Inklusive kleiner Rosen. Ich finde das wirklich ein super süßes Sommerkleid. Ist so ein T-Shirt-Kleid. Ich habe jetzt hier XL. Ich weiß gar nicht, woher. Ich glaube, vielleicht gab es mal bei EMP. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ziehe ich auf jeden Fall dann am 10. an. Inklusive Groot-Ohren, die mir Brina ausleiht. Aber man könnte auch jetzt einen Blumenkranz oder so dazu ganz gut anziehen. Also das ist mein Outfit für den 10. Am 16. mache ich ein Iron Man Bound. Und am 20. wollte ich mein Captain America-Kleid anziehen. Ja. Ich bin ja nicht der größte Marvel-Fan. Aber das Kleid zum Beispiel, das kann ich ja auch super mitnehmen nach Orlando. Es ist klein. Und es passt zur neuen Attraktion in Epcot zu Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Deswegen perfekt. Zwei in eins. Direkt abgeschlossen. Da brauche ich Brinas Ohren wieder. Ja, Brina, ich brauche deine Ohren auch für Orlando. Ja, machen wir weiter mit den Handtaschen. Ja, wie gesagt, drei neue Handtaschen letzten Monat dazu gekommen. Eine aus Walt Disney World. Und zwar war die liebe Ellie im Walt Disney World. Und ich habe ihre Stories verfolgt. Ich liebe das ja eh, wenn andere Leute im Walt Disney World sind. Oder jetzt gestern wurde die Disney Wish getauft. Und jetzt sind tatsächlich auch Freunde von mir auf der Disney Wish aus Amerika. Auf der Jungfernfahrt. Und ich liebe es, diese Stories zu gucken. Ich sauge das auf und denke mir, wann kannst du auf die Disney Wish? Das Problem ist, Disney Wish ist total off-topic, aber egal. Die Disney Wish fährt ja nur zur Zeit aus Port Canaveral. Und das heißt, man müsste einen Trip mit Walt Disney World verbinden. Aber das mit im September machen wir das auf gar keinen Fall. Ich habe auch keinen Urlaub mehr dafür und auch kein Geld. Dieses Jahr bin ich ausgebrannt, was das Geld angeht, mit zwei Walt Disney World Trips. Aber mal gucken, die nächsten Jahre vielleicht, keine Ahnung, dass man so eineinhalb Wochen, eine Woche irgendwie Walt Disney World macht. Und dann noch irgendwie dann die Disney Wish dranhängt oder in between oder so. Aber das ist alles noch in den Sternen. Mal gucken. Aber die Ellie war in Walt Disney World und hat mir diese Handtasche mitgebracht. Die ist von Loungefly aus der Walt Collection. Das ist vorne. Und hinten sind die Country Bears. Und ich finde die Tasche richtig cool. Und sie sieht ja tatsächlich sehr ähnlich der Coach-Tasche aus, die es ja gibt. Für 650 Euro. Und vom Stil her sind die tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Also die ist ja auch so quadratisch. Und ich habe dafür jetzt, glaube ich, 79 Dollar bezahlt. Plus dann halt Versand bei der Ellie. Ich kann euch das innenleben. Da steht Walt Disney World drin. Ja, passt sehr viel rein. Ich finde sie wirklich super schön, sehr sommerlich. Und ich kann mir vorstellen, sie auch mitzunehmen im September. Ich bin ja, wir sind ja schon krass am Plan, was Outfits angeht. Aber sowas wie Handtaschen, das muss halt zu allen Outfits passen. Deswegen, ja, vom Farb her weiß ich nicht. Aber sie ist trotzdem super schön und wird auf jeden Fall hier oft dann getragen. Deswegen, die nächste Tasche habe ich bei der Nadine bestellt oder bestellt, gekauft. Nadine hatte ein Instasale gemacht und mit Taschen. Und als ich die gesehen habe, dachte ich, also die schreit nach mir. Und ich habe es natürlich vorher noch nie gesehen. Und deswegen, ja, ich glaube, ich habe 50 Euro mit Versand, ohne Versand, ohne Dreh bei ihr bezahlt. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Und zwar, I mean, eine Madame Pottie Handtasche. Ich als größter Schön-und-das-Biest-Fan. Die ist tatsächlich von Danielle Nicole. Hier ist auch Tassilo noch dran. Und, also, ich bin tatsächlich sehr verliebt in diese Tasche. Jetzt muss ich mir nur noch diese Ohren nachbasteln. Die Brina hat sich ja schon nachgebastelt mit den Blumen. Und Madame Pottie obendrauf. Und dann habe ich das perfekte Disney-Outfit. Ja, also passt auch einigermaßen viel rein, obwohl sie ja sehr flach aussieht. Aber sie ist sehr tief. Und, ja, also als ich die gesehen habe, dachte ich, die muss ich haben als Schön-und-das-Biest-Fan. Und bin sehr happy darüber. Und die letzte Tasche, die ich bestellt habe, bei EMP. Ja, bei EMP. Die passenden Ohren dazu fehlen mir noch. Da warte ich immer auf irgendeinen krassen Sale. Ich gucke auch gleich, was ich für die bezahlt habe. Ich habe auch nicht den vollen Preis bezahlt. Die war auch im Sale plus dann ein Rabatt-Code. Ich glaube, ich habe Daniels Code benutzt. Disney Parks and War. Ja, und zwar hier die Daisy-Tasche. Mini-Mouse-Daisy-Tasche. Ich war ja bei der Kollektion hin- und hergerissen. Dann habe ich es bei einigen gesehen und dachte, oh, sieht schon schön aus. Und jetzt gibt es ja auch immer mehr Klamotten mit Daisy. Ich habe ja, ich habe dann bei Shein was bestellt. Und musste es zwangsläufig in Bexenbergen anziehen im Safari-Park, weil es so kalt war. Und ich hatte zufällig die Bestellung dabei, weil Brina wollte, dass ich die Bestellung mal anprobiere im Hotel. Und dann waren zum Glück lange Sachen dabei. Unter anderem auch drei Sachen mit diesen Daisys drauf. Und ja, deswegen habe ich mir die Daisys-Sachen bei Shein bestellt, um es mit der Tasche zu kombinieren. Und natürlich den Ohren, die ich aber noch nicht habe, weil ich auf ein Sale warte. Irgendwann muss ich sie mal tatsächlich bestellen, sonst ist der Sommer vorbei und ich habe das Outfit doch gar nicht getragen. Ja, ich gucke jetzt mal, was ich für die Tasche bezahlt habe. Die ist auch relativ groß, ähnlich wie die Snack Mini-Mouse-Tasche. Die ist ja auch riesig. Also, ich habe am Ende für die Tasche nur 38 Euro bezahlt. Ich finde, das ist ein wirklicher Schnapper. Wie gesagt, es war Sale und plus ein Rabattcode. Original kostet die Tasche 80 Euro. Dafür hätte ich nie für 80 Euro ausgegeben. Jetzt muss ich mal gucken, ob die Ohren auch eventuell schon wieder im Sale sind. Bei EMP muss man ja ständig on track sein. Ich habe ja auch alle Sachen immer auf meiner Wunschliste und gucke dann immer so durch. Und was jetzt gerade im Sale ist. Was sind denn die Ohren? Ja, die sind tatsächlich gerade minus 31 Prozent. Vielleicht muss man jetzt endlich mal bestellen. Gerade kosten sie nur 24 Euro plus dann halt Rabattcode. Vielleicht komme ich da gerade unter 20 Euro. Ja, also die Tasche von EMP. Jetzt kommt es nur noch von TQ, die Sachen. Und dann kommt von Disney in Paris. Ja, ich habe euch ja bei TQ vorgestellt vorletztem Haul, wo ich auch den Jersey bekommen habe von denen und einen Rabattcode hatte. Ich habe dann selbst mit meinem Rabattcode bestellt. Und zwar habe ich ja schon lange mit dieser Tunika geliebäugelt. Ich habe den jetzt aber auch Zoll bezahlen müssen. Ich habe zwei Pakete und ich glaube, einmal war es irgendwie 9 Euro und dann war es mal 13. Aber auf jeden Fall musste ich auf jeden Fall ein bisschen Zoll nachbezahlen. Aber hielt es sich in Grenzen, weil es halt aus England kommt. Und ja, einmal hier diese Tunika und ich muss sagen, ich mag Batik-Look. Ich mag den Batik-Look sehr und es ist tatsächlich zum 30. Geburtstag. Hier vorne ist dasselbe Design wie auf dem Jersey und zwar das Schloss mit dem Feuerwerk. Und hier unten ist irgendwo noch eine kleine Hidden Mickey eingestickt. Ja, sieht richtig gut aus. Ich habe jetzt hier Größe M bestellt und im Nachhinein hätte ich L bestellen sollen. Aber das sind tatsächlich Einzelstücke und das gibt es auch, glaube ich, nicht mehr. Das waren die letzten und kann deswegen auch kein M mehr bestellen. Es ist ein bisschen Spack an der Brust, aber wir sind ja immer der Hoffnung, die Frauen, dass wir noch ein bisschen abnehmen. Mal gucken. Vielleicht nach dem Muddy Run, nach den 5 Kilometern. Nein, das stimmt. Natürlich nicht. Aber es passt. Es hätte ein bisschen lockerer sein können, aber es ist okay und ich finde es wirklich schön. Achso, was hat es gekostet? Es hat 30 Pfund gekostet. Ich kann euch jetzt die Preise nur in Pfund sagen. Ich habe mir nämlich extra die Rechnung überhalten. Also und plus Shipping, das habe ich separat bestellt. Also wie gesagt, 30 Pfund plus 14 Pfund Versand habe ich 44 Pfund bezahlt. Plus dann noch die Zollgebühren. Ich glaube, war bei 9 Euro oder so. Ja, und jetzt habe ich, ich habe ja eben gesagt, ich habe nur drei neue Handtaschen. Das war gelogen. Ich habe noch eine vierte in diesem Haul. Und zwar auch bei TQ bestellt. Und in einem separaten Paket, also die zwei Sachen habe ich jetzt auch zusammen bestellt. Und zwar hatten sie eine Winnie-Pooh-Kollektion. Und ich, morgen kommt eine Prinzessinnen-Kollektion bei denen raus. Und ich habe schon Angst, dass mir da wieder was gefällt. Weil ich finde die Sachen wirklich sehr schön. Und zwar einmal hier diese Handtasche. Und die hat nur 25 Pfund gekostet. Ihr seht hier vorne ist sehr hidden, dieser Winnie-Pooh-Kopf. Ansonsten sind es halt nur auch diese Daisy-Flowern. Flowern, vor allem Flowers. Und hier habt ihr noch an der Seite Oh Brother, ja, ne, Oh Brother, Oh Brother stehen. Und ansonsten ist es halt eine sehr dezente Winnie-Pooh-Tasche. Und ich mag ja eh diese dicken Umhänge, Schulterriemen. Also die war dabei jetzt mein Paket für 25 Pfund. Und passend dazu das Winnie-Pooh-Kleid, was auch sehr dezent gehalten ist. Und hier habe ich tatsächlich L bestellt. Und es passt perfekt, auch für 30 Pfund. Also ich muss sagen, ich bin ja voll der Fan von diesen Tuniken. Und ja, hier vorne habt ihr Honey und so einen kleinen Winnie-Pooh-Hint. Aber wirklich super dezent, kann ich auch im Büro anziehen. Und es fällt gar nicht auf, dass es wirklich krass die Winnie-Pooh ist, nur wenn man es wirklich, wenn man genau hinsieht. Also richtig schönes Paket. Ich hatte dann, wie gesagt, meinen Rabattcode genutzt. Und mit Versand habe ich für die beiden Sachen dann 63,50 Euro bezahlt. Plus dann halt die Zollgebühren. Bei DHL ist es ja immer so, man zahlt automatisch 6 Euro. Und dann halt prozentual den Warenwert der Sachen. Und deswegen, also 6 Euro müsst ihr immer bezahlen. Bei DHL. Äh, genau. Ja, das waren die Sachen von TQ. Wie gesagt, finde ich richtig schön. Und bin gespannt, was bei der Prinzessin-Kollektion rauskommt. Und ob ich mir was bestelle. Aber mein Code geht leider nicht mehr. Es tut mir leid. Ja, jetzt kommen wir zu Disneyland Paris. Ich habe es jetzt mal ein bisschen sortiert von Kollektion zu Kollektion. Fangen wir aber an mit einem neuen Schmuckstück. Und zwar habe ich das bei Aribas bestellt. Es gibt es aber auch vor Ort. Deswegen packe ich es hier rein. Weil ich hatte Angst, dass ich es vor Ort nicht bekomme. Vor Ort hätte ich zwar noch den Jahreskartenrabatt bekommen. Aber, ja. Bei manchen Sachen muss man halt in den sauren Apfel beißen. Und zwar ist es diese Kette. Seht ihr das? Das ist jetzt nicht so schön. Ich halte es mal hier oben, damit ihr auch das in voller Pracht sieht. Ja, sagen Fail. Aber ich kann euch den Verschluss auch mal zeigen. Da ist nämlich auch ein Miki dran. Ja, also das ist die Kette. Und ihr seht, da ist noch kleiner Miki am Verschluss. Die Schlüsselkette zum 30. Geburtstag. Und ich muss sagen, sie ist einfach wunderschön. Kostet 69 Euro. Und ich liebe sie. Ich werde sie auch gleich direkt anziehen. Weil, ja, nach dem Haul. Ich warte, ich ziehe die Sachen nie an, bis auf den Haul. Und dann freue ich mich immer. Und dann kann ich Sachen eigentlich auch wieder anziehen. Ja, wie gesagt, 69 Euro. Ich finde sie sehr detailreich. Vor allem das Schloss, wenn man sich das so anguckt. Ja. Große Liebe an diese Kette. Dann aus der Lila-Kollektion, würde ich sie jetzt mal sagen. Aus der Ursprungs-Kollektion habe ich auch endlich mir das T-Shirt gekauft. Oder besser gesagt, der Daniel hat mir das T-Shirt gekauft, als er da war. Weil ich auch Angst hatte, dass es dann ausverkauft ist, bis ich wieder da bin. Aber tatsächlich wurde jetzt viel gerestockt. Als ich beim letzten Mal da war, gab es das T-Shirt auch noch. Ja. Es gab, ich habe das jetzt in Größe M, weil es auch relativ groß ausfällt. Und es ist wirklich schön. Also, dass Brina es immer getragen hat mit dem Rock von der Steffi. Da habe ich gesagt, das willst du auch haben. Ja. Und jetzt habe ich es. Ursprungspreis ist 20 Euro. Mit Jahreskartenrabatt dann nur noch 16. Also, finde ich einen super guten Preis für das T-Shirt. Und ja. Bin happy, es jetzt zu haben. Dann habe ich mir, ich bin ja nicht so der große Fan von Handtüchern, weil ich mir denke, ich nutze diese Handtücher eigentlich fast nie. Wenn ich irgendwo in Urlaub fahre, gibt es ja meistens Handtücher. Aber es gab ein Angebot. Und zwar das Handtuch vom 30. Geburtstag. Wie sieht man das? Ich muss es mal so durchspielen. Warte. Ja. Ich hoffe, ihr habt alles gesehen können. Oh. Genau. Also, es kostet eigentlich 20 Euro. Aber es gab, wenn ihr irgendwas kauft, ich weiß gar nicht, ob 25 Euro, kriegt ihr das Handtuch für 10 Euro dazu. Und dann dachte ich, komm, für 10 Euro kannst du dir das Handtuch auch holen. Also, wie gesagt, ich habe so viele Handtücher und irgendwie, ja klar, wenn man hier irgendwo an den See fährt, aber ich fahre hier nirgendwo an den See. Ja. Vielleicht nehme ich jetzt mit zu meinem Freund. Wir planen nämlich in Zürich an den See zu fahren. Vielleicht nutze ich es da. Und aus der Lila-Kollektion gab es dann noch diese Kühltasche für 20 Euro. Ist relativ groß, passt viel rein. Und ich musste ja meinem Freund immer Steaks und sowas mitbringen, weil das Fleisch ja so teuer ist in der Schweiz. Und dann nehme ich ihm immer was Sachen mit. Und natürlich jetzt im Sommer muss, generell muss Fleisch halt gekühlt werden. Und deswegen Kühltasche mit Akkus drin, kann man das Fleisch sehr gut transportieren. Und wie gesagt, es passt viel rein. Wir hatten das auch in den Niederlanden mit für Getränke. Also richtig praktisch. Ich würde es jetzt nicht im Park mitnehmen, weil zusätzliche Tasche ist unnötig. Aber hier für zu Hause finde ich die echt gut. Und ich mag dieses Design ja eh. Also die ganzen Kollektionen finde ich super von der Lila-Kollektion. Kommen wir zur Euro-Disney-Kollektion. Ja, die kam ja dann relativ neu raus, als wir da waren letztes Mal. Und als wir da waren, gab es auch noch alles. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht beim nächsten Mal. Das ist ja immer so ein... Wie im Casino bei dem Merchandise im Disneyland Paris. Ja, und zwar gab es einmal die Euro-Disney-Ohren. Die man ja zusammen bei Instagram damals designen konnte. Und ich habe die Ohren nicht so designt. Das war nicht meine... Meine... Meine Choice, meine Auswahl. Ich hätte gerne blaue Ohren gehabt. Und ich glaube, meine Schleife war rot oder gelb. Und auch das Muster hier vorne habe ich, glaube ich, was anderes ausgesucht. Aber ich wurde überstimmt. Und deswegen wurde es dieses Design. Und ich wusste gar nicht, dass die Ohren aus diesem komischen... Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. So eine Samtoptik-Plüschding bekommen. Ich dachte, die würden anders aussehen. Von der Qualität vielleicht auch aus Plastik oder... Ich weiß es nicht. Aber irgendwie habe ich mir sie anders vorgestellt. Aber trotzdem habe ich sie mir gekauft. Preis war, glaube ich, 23 Euro. Aber nagelt mich gerade nicht fest. Weil die hatte ich auch schon an. Die habe ich auch schon verlost. Und dann natürlich passend dazu der Euro-Disney-Spirit-Jersey. Und ja, ich zeige euch das mal hinten. Hier steht Euro. Disney drauf. Und natürlich in den typischen Farben. Und vorne habt ihr die Mickey Mouse. Der hat 60 Euro gekostet. Weil es ist so kompliziert. Als wir da waren, gab es noch den Pride-Jersey. Und der hat, glaube ich, 65 gekostet. Oder andersherum. Ich verwechsel es immer. Also entweder war der 65 und der Pride 60 oder andersherum. Ich weiß auch nicht, wie die die Preise machen. Warum kostet das eine jetzt mehr als der andere? Weil es hier vorne noch so einen Druck gibt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Trage ich immer Größe S in den Jerseys. Das interessiert euch ja auch immer. Und dann gab es noch ein weiteres T-Shirt. Und zwar das T-Shirt aus der Euro-Disney-Kollektion. Hat 26 Euro gekostet. Habe ich auch schon angehabt. Deswegen ist es so zerknittert. Und muss auch gleich mal in die Wäsche. Ja, wiegt in Größe M. Und hat auch diesen Retro-Look. Daniel hat gemeint, das ist nicht das originale Euro-Disney-Logo. Aber ich finde es trotzdem richtig schön mit dem Mickey Sorcerer. Und dann gab es noch den Schlüsselanhänger für 6 Euro. Einmal vorne, einmal hinten. Fand ich auch süß. Und mein Geburtsdatum. Deswegen fand ich die Kollektion auch cool. Weil überall mein Geburtsdatum draufsteht. Also Geburtsjahr. Ja, und jetzt kam neulich auch noch die Sparkle Collection raus. Wo ich mich eigentlich sehr drauf gefreut habe. Also bei Launchfly bin ich eh raus. Ich brauche diese Launchfly-Rucksäcke nicht. Aber Ohren und Jersey hatte ich tatsächlich Panik, es nicht zu bekommen. So wie es aussieht, gibt es aber noch wohl en masse von diesen Sachen. Ob da jetzt der Hype nicht so drauf ist. Oder ob sie genug bestellt haben diesmal Disney in Paris. Man weiß es nicht. Aber der liebe Disney-Opa. Wenn ihr seine Videos nicht kennt, schaut doch mal gerne bei ihm vorbei. Der macht immer Merchandise-Videos. Hat mir die Sachen mitgebracht. Netterweise, als er da war. Und zwar einmal die Ohren. Die kosten tatsächlich 30 Euro. So sehen sie vom Namen aus. Also haben so Pailletten-Ohren. Die Schleife ist aus so einem Plastik. Und hier vorne habt ihr ein Schloss. Das ist aber nicht das Pariser Schloss. So von hinten. Also die Ohren finde ich super schön. Und der passende Jersey, den musste ich natürlich dann auch haben. Aber ich habe mir ihn tatsächlich ein bisschen prunkvoller vorgestellt. Auf den Bildern sah der mega aus. Und ja. Jetzt so in der Kamera sieht er eigentlich auch ganz gut aus. Aber so von Namen, ich weiß nicht. Und ja, das ist der Jersey. Kostet, ich glaube 65 Euro. Ja. 65 Euro. Vorne wieder das Schloss. Und es glitzert so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja. Es ist so ein bisschen Glitzer und Konfetti. Und hinten steht Disneyland Paris mit Glitzer und Konfetti. Einer hat mir auch auf Instagram geschrieben. Das hat so ein bisschen was von Coco. Das stimmt, muss ich sagen. Ist trotzdem zum 30. Geburtstag. Und ich dachte, es wäre eigentlich eine Parks-Kollektion. Also das heißt, dass dasselbe Design auch für Anaheim rauskommt. Und für Walt Disney World. Und dass da hinten halt dann nur ein anderer Park draufsteht. Aber habe ich es bisher in anderen Parks noch nicht gesehen. Vielleicht sind wir auch Vorreiter. Aber wir wissen es nicht. Und es ist so ein Misch aus lila-blau, würde ich sagen. Ich finde den weißen dennoch schöner. Aber das ist Geschmackssache. Ihr könnt ja gerne mal unten kommentieren, welche Kollektion vom 30. Geburtstag euch am besten gefällt. Die hier. Also die Sparkle-Kollektion. Oder die weiße, lila, iridescent. Ne, iridescent war es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Die andere Kollektion. Naja. Aber auf jeden Fall wollte ich die Sachen trotzdem haben. Ja. Und das war's. Das war mein Judy Haul. Das war's vor allem, ne. War ja nichts dabei. Ja. Also die nächsten Trips sind schon geplant. Auf jeden Fall ins Dissert in Paris. Zum Glück beim Avengers-Merchandise kann ich mich sehr gut zurückhalten. Eventuell wird es der Avengers-Jersey. Der Avengers-Campus-Jersey. Weil ich den schon richtig cool finde. Allein auch wegen der Öffnung. Aber sonst glaube ich, kann ich mich beim Merchandise sehr gut zurückhalten. Was ich noch erwähnen wollte, wir stehen kurz vor den 5000 Abonnenten. Ich freue mich sehr. Und bin gespannt, wann, ob es jetzt nächsten Monat ist oder übernächsten Monat. Wir werden es sehen. Und natürlich gibt es dann wieder ein richtig cooles Gewinnspiel bei mir hier auf dem YouTube-Kanal, wenn wir die 5000 erreichen. Eventuell vielleicht auch sogar mit Sachen aus dem Avengers-Campus. Wir gucken, wie schnell wir die 5000 erreichen. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Bis zum nächsten Mal.